Hi, hier ist Dora von Doras Corner. Willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute diese Karte hier vorstellen, eine Pop-up Karte, auch genannt Shadowbox. Es ist eine besondere Karte, die, auch wenn sie jetzt ein bisschen dicker und erst mal komplizierter aussieht, in einem ganz normalen DIN C6 Umschlag geschickt werden kann. Deshalb ist das praktisch und ehrlich gesagt auch schnell gemacht. Ich habe diese Art mal bei Jennifer Maguire gesehen und war total begeistert und habe dann mein eigenes Arroman daraus gemacht, aus bestimmten hier floralen Motiven. Und zwar habe ich zu einem hier als Hintergrund diese wunderschönen Mondblüten benutzt. Also das ist ein Designerpapier, was zwei Seiten hat und die zweite ist genau dieses grüne hier, etwas wildere Muster, was dann halt für den Ramm hier von mir verwendet wurde. Das ist so eine sparende Variante, weil man nur einmal quasi ein Stück Papier braucht und in einem Stück dann diese beiden Elemente bekommt. Das zeige ich euch gleich noch mal. Für die Basis hatte ich hier ein chilifarbenes Papier benutzt. Also da brauchst du tatsächlich ein DIN A4 Blatt. Die anderen Papiere brauchst du jetzt keine ganzen Bögen von, sondern nur kleine Stücke und ich benutze dann ja auch gerne mal hier meine Reste und mache so eine Wiederverwertung. Und von den grünen Tünen hatte ich hier mich für drei verschiedene entschieden. Das ist einmal Meeresgrün, einmal Tarngrün und Minzmakrone. Und das ist für diesen seitlichen Blätter hier. Dadurch entstehen so paar Kontraste und das passt auch zu dem Hintergrundpapier. Das Label im Flusterweiß ist auf einen Grapefruitfarbenen Streifen gesetzt und dadurch noch ein bisschen interessanter gestaltet. Da ist ja noch ein Grapefruitfarbenes Band nochmal durchgezogen. Ja, was für Stanzen brauchst du? Also das Wichtigste sind die bestickte Rechtecke, die im Prinzip hier mehrmals verwendet werden. Das ist also das Hauptstanzenmotiv. Dann ganz wichtig die Rankenrahmen, weil wir hier einiges draus verwenden. Also dieses Runde hier und die Blätter bzw. Zweige und dann auch die Blüten werden daraus gestanzt. Und dazu habe ich hier dieses Stempelset noch rausgelegt. Denn das sind genau diese Blüten. Den Rest kannst du im Prinzip frei wählen. Also das ist einmal hier so eine Bordüre, die ich benutzt habe, um die Hintergrundstreifen nochmal interessanter zu machen. Das ist aber optional. Und für das Etikett habe ich das eine hier aus dem Kolibri Framelits genommen, weil ich das auch irgendwie so geschwungener schön fand. Das ist allerdings auch optional. Das heißt im Prinzip brauchst du mindestens die bestickten Rechtecke und den Rampenrahmen, um diese Karte machen zu können. Als Stempel oder Hauptspruch habe ich jetzt hier aus dem kleinen Wunscherfühler Frühlingsduft liegt in der Luft genutzt. Vor Ostern und die Blüten, die habe ich ausgemalt mit Blütenrosa. Deshalb brauchst du natürlich auch so einen kleinen Tankpinsel. Ja, das ist glaube ich schon alles. Dann lass uns einfach direkt loslegen. Okay, wir fangen mit der Basis an. Du nimmst dir ein Schneider- und Falzbrett und schneidest zwei Streifen ab. Und zwar beide sollen 10,5 cm breit sein. Diese Streifen, die haben die Länge von 21 cm. Und dann musst du einfach nochmal 1 cm davon abschneiden. Bei beiden. Die sind also beide gleich groß. Somit ergeben sich Streifen, die 20 x 10,5 cm groß sind. Beide. Falls du jetzt zweimal auf der rechten und zweimal auf der linken Seite bei jeweils 1,5 cm. Also bereich 1,5 cm und 3 cm. Einmal umdrehen. 1,5 cm und 3 cm. Und den zweiten Streifen genauso. So, das Teil brauchst du jetzt nicht mehr. Jetzt falzt du die Streifen einmal hier an der zweiten Falz nach innen und bei der ersten nach außen. Einmal umdrehen genau das gleiche. Bei der zweiten Falz nach innen und bei der ersten Falz nach außen. Das zweite Teil genauso. Im Prinzip ist das schon die fertige Basis. Denn diese beiden Teile hier werden miteinander verklebt und ergeben unsere Shadowbox. So, was wir jetzt brauchen sind die bestickten Rechtecke. Und zwar brauchen wir davon zwei Größen. Das ist einmal dieses größte und das drittgrößte. Den dazwischen lassen wir aus. Und dann nehmen wir uns quasi dieses vordere Teil und nehmen einmal das kleine Rechteck. Und legen das hier genau mittig an. Das könnt ihr natürlich ausmessen. Aber ich denke mal, das kriegt man gerade noch so zu Fuß hin. Und was ich immer mache ist, ich nehme mir ein Stück von Moshi Tape und fixiere das, damit mir das in der Big Shot nicht verrutscht. Und das mache ich jetzt hier mal von oben nach unten. Und dabei klebe ich das nach innen, weil dies nicht benutzt wird. Beziehungsweise für ein anderes Projekt dann benutzt werden kann. Und das jage ich jetzt hier einmal durch die Big Shot. So, hier könnt ihr gleich erkennen, wie schnell die Kartenform zu erkennen ist. Und zwar jetzt haben wir schon unser Fenster und kümmern uns jetzt um den Rahmen und das Leben da drin. Die Washi Tapes, die kann ich ja auch wieder benutzen. Und zwar nimmst du dir jetzt dieses schöne Designerpapier und legst du einmal den großen Rahmen da drauf und dann richtest du auch den kleinen Rahmen. Und zwar so zentral, dass die Abstände gleichmäßig sind und passen. Und wenn du meinst, du bist soweit, dann nimmst du einfach so ein Washi Tape wie ich und fixierst du das einmal, damit du das ganz ruhig durch die Big Shot schieben kannst und dir nichts verrutscht. Ja, dadurch haben wir jetzt schon ein paar weitere Elemente für unsere Karte bekommen. Und zwar... Jetzt mal hier befreien. Ich habe das jetzt einmal durchgezogen. Vielleicht kannst du das auch zweimal machen. Dann geht das mir ein bisschen besser raus, weil ich sehe gerade, dass ich hier ein bisschen nacharbeiten muss. Das sind nur zwar kleine Papierfaser, die hier noch zusammenhalten, die man durchtrennen muss. Und bei so einem Rechteck ist das natürlich ein einfaches Spiel, aber bei einer komplizierten Stanzel kann man das nicht einfach so machen, wie ich gerade das eben getan habe. So, jetzt haben wir schon zwei Teile bekommen. Und zwar, ich habe das einmal umgedreht, weil das ist genau das Teil, was wir hier für den Rahmen benötigen und aufkleben werden. Und einmal für das Innenleben dieses blumige. Allerdings habe ich hier bei meiner Karte nochmal, um ein bisschen mehr Kontrast zu bekommen, meinen weißen Rahmen da drunter gelegt. Deshalb werde ich jetzt hier einmal noch ein Stück Flüsterweiß nehmen und mit dem großen, zuvor ausgewählten Rechteck ausstanzen. So, und das trennt sich hier wieder ein bisschen besser. Und im Prinzip kann ich ja schon mit dem Kleben beginnen, damit wir hier so ein bisschen Übersicht schaffen. Und so nehme ich den Tombow-Kleber und nehme mir die Molenblumen. Schön hier an den Rand mit dem Kleber gehen. Und einfach mittig hier auf diesem weißen, gerade ausgestanzen Stück Papier positionieren. Dann kann man ja hier schon nochmal die Abstände korrigieren und einmal fest andrücken. Und das wiederum können wir auch schon hier auf die Rückseite hier kleben. Sehr kreativ. Hier könnte man vielleicht mal aufpassen, was einem besser gefällt, ob irgendwie hier eine Seite oben eine unten sein muss. Aber ich glaube, das ist ziemlich kompatibel hier. So, einfach drauf und wieder die Ausrichtung finden, korrigieren, draufkleben. Rückseite fertig, soweit. Und hier vorne nehmen wir uns diesen Rahmen noch einmal vor und kleben den auch schon auf die vordere Seite auf. Das Papier ist übrigens ein Celebration Artikel und den kannst du noch bekommen bis Ende diesen Monats. Wenn du für 60 Euro Verlugter bestellst, kannst du dir das dann gratis dazu auswählen. Wenn du da Informationen brauchst, kannst du mich gerne dazu kontaktieren. So. Und auch hier schön die Ausrichtung finden, dass es genau an dem Rand ist. Und fertig ist der Rahmen. So, es vervollständigt sich langsam. Was wir jetzt machen, ist einmal diesen Streifen hier nochmal in der Mitte hier machen. Und zwar hatte ich ja hier eine Bordeure gemacht. Also erstmal, der Streifen ist ca. 4 cm breit. Der wird im Endeffekt, wenn man die Bordeure gemacht hat und ein bisschen hier was wegschneidet, so ca. 3,5 cm ein. Und genau, das musst du nicht machen, aber ich schneide das jetzt gerade noch aus, weil ich das einfach schöner finde. So, und hier ist mein Streifen und den schneiden wir uns nochmal zu. Ich gehe da ganz einfach vor, messe das hier ab. Und das muss ja nicht exakt so lang sein. Nur so, dass man die Ränder da jetzt nicht sieht und dass es hier draufgeklebt werden kann. Gut, okay, ein bisschen gerader darf das schon sein. So, und was ich jetzt noch gemacht habe, weil ich das einfach schöner fand, war, ich habe ein Band genommen. Dieses greifrückfarbene, ja, dieses Band finde ich total schön, allerdings könnt ihr das auch nicht mehr bekommen. Das war mal ein Celebration Artikel, aber wurde schnell vergriffen. Und wenn du das vielleicht in deine Schublade noch hast, dann ist das spätestens jetzt Zeit, das mal schnell rauszuholen. Weil ich finde, das macht sich da drunter bemerkbar unter dem Etikett. Und zwar sieht das nicht dann ein bisschen hübscher aus. Ich klicke hier einfach zwei doppelseitige Klebebandstreifen drauf. Weil wir das ja eh hier gleich noch draufkleben. Und nutze diese Seite, um auch hier schon mal das Ende damit zu fixieren. Und dann ziehe ich hier das einfach durch, weil ich hier vorne brauche ich das nicht zu kleben. Oh, bestimmt so lang, ne? Okay, ist egal. So, das kann ich auch hier so ran kleben. Noch mal gucken, ob die Ausrichtung so stimmt. Und einfach hier in der Mitte aufkleben. Es muss möglich sein, danach diese Karte natürlich hier noch zuzumachen. Das heißt, es muss schon hier gut abschließen oder halt einen Millimeter davor, damit es hier keinen Widerstand gibt. Gut, jetzt fehlt uns noch das Etikett. Und zwar habe ich hier schon mal was vorbereitet. Einfach dieses aus dem Standset Kolibri ausgestanzt. Jetzt habe ich hier mein Memento Kissen und würde hier Frühlingsduft, liegt in der Luft, hier noch einmal draufstempeln. Ich liebe diesen Stempel, den habe ich schon so oft verwendet. Das ist einfach fantastisch. Dann hätte ich vielleicht ein bisschen mittiger draufstempeln können, aber das sehen wir jetzt einfach nicht. Dann nehme ich jetzt hier, nachdem das getrocknet ist, diese kleinen Spiralen hier noch weg, weil ich mag das gerne, wenn das durch scheint. Und klebe da einfach zwei Dimensional drauf und positioniere das hier mittig auf der Karte. Da mache ich mal eben, bevor ich das tue, einfach eine Markierung bei 7, damit das auch mittig ist. Das haben wir einmal. So, was wir jetzt noch benötigen, sind die ganzen Zweige. Wir gehen jetzt Schicht für Schicht nach oben. Und dazu habe ich schon was vorbereitet. Damit das schneller geht, habe ich hier diese Karte. Ich habe diese Elemente schon mal ausgestanzt. Ihr erkennt das ja wieder. Einmal dieses runde Motiv. Dann viermal braucht ihr die länglichen Blätter. Und zweimal diese Zweige. Und das halt eben in den verschiedenen Farben. Also einmal hier Minz Makrona. Jetzt muss ich überlegen. Tannengrün und Meeresgrün. Als nächstes nehme ich mir einfach das runde einmal zur Hand und schneide das in der Mitte durch. So möglichst gerade. Das wird jeweils die rechte und die linke Seite sein. Jetzt nehme ich mir zwei von diesen Blättern. Jetzt muss ich gucken, weil das sind zwei verschiedene. Das heißt also hier zwei, hier zwei. So ist das richtig. Die sind einmal so ein bisschen nach rechts und einmal nach links geschwungen. Dann brauchen wir noch unseren Tombow Kleber. Und kleben uns die Dinger einfach mal hier auf das Teil auf. Und zwar gehe ich da immer so vor, dass ich die unteren zwei Blätter hier mit einem Tropfen Kleber versehe. Und hier zum Beispiel dieses Abstehende einmal hier mit einem Tropfen Kleber. Und dann lege ich die hier einfach so drauf, so schräg, dass hier im Prinzip das so leicht zur Mitte geführt wird. Das gleiche mache ich mit dem zweiten Zweig. Auch hier unten zwei Tropfen und dieses hier. Und wenn ich das jetzt hier einfach so drauf lege, dann entsteht hier so ein Kreuz. Das ist genau die richtige Ausrichtung. Das sieht dann danach richtig cool aus. So und dieses eine einsame mache ich hier unten einfach an den Blättern jeweils hier so ganz kleine Tropfen drauf. Und klebe das so leicht angeschrägt in der Mitte. So das darf jetzt einmal trocknen und das gleiche machen wir hier auf der anderen Seite. So fertig sind die Seiten. Das lassen wir einmal ganz kurz trocknen und kommen zu den Blüten. Auch hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, weil das ansonsten sehr lange dauert. Also ich wollte gerne jetzt zukünftig darauf achten, dass meine Videos nicht zu lang sind. Denn ich habe immer Probleme beim Upload, weil das ewig lange dauert. Das heißt, ich habe einmal hier diese Blüten aus dem Stempel in Blüten gerahmt gestempelt. Also diese wunderschönen hier beiden, dieses Dreierpack sozusagen und den Zweier. Und nachdem ich die gestempelt habe, habe ich die einmal mit dem Tankpinsel und den Blütenrosa ausgemalt. Ich habe mir also auf so eine Acrylunterlage so ein bisschen getupft, noch mit Wasser die Farbe verdünnt und von den äußeren Blütenrändern nach innen nicht dann gegangen und habe versucht, die Farbe, die Pigmente drauf zu tupfen. Somit sind so Verläufe entstanden, die recht attraktiv aussehen und diese beiden habe ich dann im Anschluss noch ausgestanzt. Und wir werden die jetzt einfach hier in die Ecken ankleben und zwar habe ich mir das so gedacht. Wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht zu viel Kleber nehmen, dass uns das hier von der anderen Seite durchscheint. Im Prinzip brauche ich hier nur in diesem Bereich. Und dann ankleben und zwar darauf achten, dass wir natürlich diese Karte dann in den Umschlag packen wollen, also nicht überstehen lassen. Lieber hier mit dem Rahmen, mit dem Rand abschließend, damit das dann auch hinterher passt. Einmal kurz festhalten, trocknen lassen und die zweiten Blüten genauso. Einmal hier unten und auch hier unten ein bisschen Kleber geben. Ups, das war jetzt ein bisschen viel. Verteilen wir mal fleißig und auch hier einmal ran kleben, festhalten. So, prima. Dann lassen wir zur Abwechslung das trocknen und nehmen wir uns wieder dieses Teil vor. Jetzt müssen wir die grünen Zweige und Blätter fixieren und zwar werden wir das hier genau mittig auf diesen Laschen sozusagen drauf kleben. Dazu nehme ich auch wieder Tombo und verteile den hier auf dem Rand und setze das hier mittig auf den Rand. Und das gleiche mache ich mit der anderen Seite. Also hier habe ich einfach festgestellt, dass der Tombo am besten haftet. Dann könnte man ja auch doppelseitiges Klebeband verwenden, aber sobald es ja hier so um die Ecke geht, dann kann es sein, dass es dann aufgeht und dann sieht das einfach doof aus. So, hier auch nochmal die Mitte finden oder zumindest gleich mit dem ersten hier ausrichten. Oh, ich glaube hier mache ich weiter nach unten. Kann man ja austesten. Die Blätter, die sind ja verschieden hier drauf platziert worden. Das kann schon sein, dass es nicht ganz symmetrisch ist, aber das war ja auch nicht das Ziel. So, das muss also jetzt auch ein bisschen trocknen und währenddessen können wir schon diese Laschen von unten hier mit Kleber versehen. Denn das ist genau der Part, der dann oben drauf noch kommt und das Ganze verschließt. Also hier bin ich ziemlich genau lieber, also das ist jetzt nicht viel, das ist dünn, allerdings großflächig, damit das auch wirklich dann haftet und das uns dann nichts abstellt. Wird da innen noch außen, ob nicht oben oder unten. Jetzt nochmal gucken, was oben und was unten kommt, weil die drei Blüten haben wir jetzt für oben vorgesehen. Und dann setzt man das zusammen und geht nochmal einzeln an diese Seiten und solange der Kleber noch nicht getrocknet ist, kann man das ja dann noch verschieben. Und so, dass die Ränder dann abschließend sind. Okay, jetzt kommt der Test. Einmal alles rein. Das sieht gut aus. Das ist also zusammen zu legen, so wie vorgesehen, was passt. Und fertig ist unsere Karte. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und auch diese Art Karten zu basteln. Wie gesagt, geht eigentlich relativ flott. Du kannst hier verschiedene Motive benutzen, verschiedene Hintergründe, kann man sich wirklich austoben. Und die Karte kann man so locker aufstellen und als Dekoration verwenden. Also es kann ja auch ein Rahmen für ein Bild sein und einfach drumherum ein bisschen Verzierung. Das muss nicht unbedingt irgendwie ein Spruch oder halt Designerpapier im Hintergrund sein. Also es ist individuell und vielseitig bewendbar. Ja, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Schön, dass du dabei warst. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ansonsten einen Kommentar, falls du auch schon mal sowas ausprobiert hast. Berichte gerne. Ich freue mich drüber und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020